Bob sagt, das Nest könnte man von hier aus sehen. Ich sehe den Radler. Er sitzt im Gras. Er sieht verletzt aus. Ruhig, mein Guter. Wir wollen dir nur helfen. Der ist wunderschön. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Panik. Ruhig. Ganz ruhig. Okay. Hast du ihn? Ja. So. Ruhig, Junge. Ist ja gut. Ruhig. Okay. Willst du ihn mal nehmen? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Gut. Leg den Arm um ihn. Na, mein Freund? Ich weiß. Nimm ihn weiter unten. Ist ja gut. Alles gut. Ich weiß doch. Okay. 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 Jetzt in den Käfig. Okay. Gib hier. Ja, ruhig, mein Junge. Ruhig. So, bitte. Rein mit dir. Hältst du mal? So. Das war's. Gut. Jetzt wird es bald dunkel. Nehmen wir die Abkürzung zurück? Ja, das ist wohl das Beste. Oder schläfst du lieber unter den Sternen? Ich könnte mir schlimmeres vorstellen. Psalm 220. Wie flattst du mit noch бегst vykst n suitcase? Dass du die certeza. So esosodehn Eisenbach an carta hat. Hain und Heilig. Tief der König. Man! Wo ist das? Margot. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020